Audio Jungle Hallo, ich bin die Laura. Und ich bin die Sabi. Wir sind heute hier bei MÖMAX in Wien und wir haben uns gefragt, wie viele Gegenstände man aus einer Wohnung oder einem Haus eigentlich wirklich aufzählen kann. Liegestuhl. Gartenlaube. Grill. Tisch. Gießkanne. Vorleger, Formatte. Hollywood-Schaukel. Schirm, Sonnenschirm. Springbrunnen. Schaufel. Gartenschlauch. Gartenschlauch. Eventuell ein... Eventuell. Das ist schon mit eventuell ein... Ja, Stühle. Also ohne den Tisch herum. Ähm... Buchsbaum. Das ist, come on, das ist kein Gegenstand. Gartenhecke. Eine Hecke ist kein Gegenstand. Apfelbaum. Das sind alles, das ist alles Natur. Das ist doch kein Gegenstand. Damit verloren. Seifenspender. Badewanne. Dusche. Wasserhahn. Handtuch. Handtuch. Handtuchhalter. Badmatte oder Badvorleger. Klopapierrolle. Klopapierrollenhalter. Medizinschrank. Waschmaschine. Trockner. Wäschekorb. Wäschestände. Wäschestände. Hm. Nein, okay. Gut, ich... Got carried away. Okay. Ich wollte übernehmen. Gut, deine, deine. Ich hab schon gelogen. Babybett. Spielteppich. Spielsachen. Kleiderschrank. So Kisten, in denen man eine Spielzeug verräumt. Wickeltisch. Lampen. Nachtlicht. Nachtkastel. Ein Puppenhaus. Eventuell so ein... Ich liebe aber dieses eventuell. So I'm not quite sure, aber eventuell. Ja, so ein CD-Player. Hm. Ist okay, man kann nicht alles können. Eben. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.